Der Musikerin Ronja Mahlzahn wurde der Auftritt bei Friday for Future in Hannover verwehrt, weil sie Dreadlocks trägt. Mich packt der Zorn, und ich mag es ungern in seiner Bedeutung unterschätzen, wenn frömmlerischer Popanz eine ungeheuer wichtige Bewegung kaputt macht, die mir ein Fünkchen Hoffnung bedeutet. Der ursprüngliche Wortlaut der Absage, den die Musikerin veröffentlichte, ist in seiner Formulierung, die in dem Vorschlag gipfelt, sie könne sich ja die Haare schneiden, so unmöglich, dass ich hier nicht weiter darauf eingehen will. Aber auch die sogenannte Entschuldigung verdient immer noch so viel Zorn, dass Satire hier nicht mehr am Platz ist. Es heißt, auch wenn wir die Beweggründe von Ronja Mahlzahn nicht kennen, handelt es sich beim Tragen der Dreadlocks durch weiße Menschen um kulturelle Aneignung. Mit anderen Worten, diejenigen, die so etwas schreiben, wissen, dass es sein könnte, dass die Beweggründe rein ästhetischer Natur sein könnten oder sogar Respekt, Sympathie oder gar Verehrung der Kultur, die mit Dreadlocks verbunden wird. Es wird aber das Recht, es so zu deuten und zu empfinden, nicht zugestanden. Und mit welchem Recht wird das nicht zugestanden? Mit dem Recht der göttlichen Offenbarung? Diese göttliche Offenbarung erklärt kulturelle Aneignung zur bösen Tat. Und dies anscheinend ohne Rücksicht auf die tausend Schattierungen, die von erniedrigender Persiflage, räuberischem Plagiat, wertschätzender Hommage bis hin zu dem mütigem Erlernen der entsprechenden kulturellen Technik reichen können. Ein absurdes, frömmlerisches Konzept. Die Vertreter dieses Konzeptes haben wahrscheinlich mit Kultur auch nicht viel zu tun, und sonst würden sie vielleicht den Hauch einer Vorstellung davon haben, was die kulturelle Aneignung für die Geschichte des Jazz, der Rockmusik und der ganzen populären Musik bedeutet. Und Jazz ist mir wirklich wichtig. Aber weiter. Warum wir unsere Entscheidung daher so getroffen haben, wollen wir im Folgenden kurz erklären. Dreadlocks wurden erst durch die Versklavung schwarzer Menschen aus afrikanischen Ländern und Indien in die USA gebracht, wo sie später in Bürgerrechtsbewegungen schwarzer Menschen zum Widerstandssymbol wurden. Kann sein, dass das als grobe Vereinfachung stimmt. Mit dem Tragen von Dreadlocks ging also Unterdrückung einher. Dieser Satz ist wahrscheinlich einfach nur dumm formuliert. Es soll wohl nicht heißen, dass man wegen des Tragens von Dreadlocks unterdrückt wurde oder sie einem sogar als Akt der Unterdrückung aufgezwungen wurden. Und die Frisur ist Symbol des Widerstandes schwarzer Menschen. Kann sein. Ob sie von schwarzen Menschen ausschließlich als Symbol des Widerstandes getragen wurde oder ob nicht doch auch als Frisur, können wir nicht in jedem Fall wissen. Um daraus mehr als eine Interpretation der Nachwelt zu machen, müsste man eine Zeitreise unternehmen, um die geeigneten Umfragen zu machen. Wenn eine weiße Person also Dreadlocks trägt, dann handelt es sich um kulturelle Aneignung, da wir als weiße Menschen uns aufgrund unserer Privilegien nicht mit der Geschichte oder dem kollektiven Trauma der Unterdrückung auseinandersetzen müssen. Diesen Gedanken akzeptiere ich einfach nicht. Ich muss mich als Mensch mit der menschlichen Geschichte auseinandersetzen und damit einhergehend mit den ungeheuren Menschheitsverbrechen, die einfach kein Ende nehmen wollen. Wir schreiben hier bewusst in der Wir-Form, da wir als Fridays for Future Deutschland eine mehrheitlich weiße Bewegung sind. Und damit sind alle mitvereinnahmt, die sich mit dieser Bewegung identifizieren wollen und in derer allen Namen, ob sie es wollen oder nicht, wird Ronja Malzahn ausgeladen. Außerdem bekommen wir als weiße Menschen für dieselbe Frisur Komplimente, für die schwarze Menschen rassistisch angefeindet werden. Das ist so schwachsinnig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wenn jemand einen schwarzen Menschen anfeinden will, dann wird er sich nach Gutdünken irgendwas ausgreifen, ob Frisur, Hautfarbe oder sonst etwas. Dass der weiße Mensch angeblich wegen Dreadlocks Komplimente bekommt, blendet vollkommen aus, dass das zu den Zeiten ihrer größten Beliebtheit gerade nicht der Fall war. Sie waren ein Zeichen gegen das Establishment und sorgten genauso wenig für Komplimente wie zuvor lange Haare bei Männern oder später der Dresscode der Punk-Kultur. Deshalb haben schwarze Widerstandssymbole auf weißen Köpfen nichts zu suchen. Als Privatmeinung muss man sowas hinnehmen und man darf sich gerne die Gäste seiner Party danach aussuchen. Als Richtschnur, nachdem wir entscheiden, mit wem wir als öffentliche Organisation zusammenarbeiten, ist das unakzeptabel. Und von der Du-Form in die Wirr-Form umformuliert, uns als weiße Menschen sollte klar sein, dass wir uns aufgrund unseres Weißseins aus jeder Kultur bedienen und trotzdem am Drücker sitzen können. In einer lebenswerten Welt kann sich in wertschätzender Weise jeder Mensch jeder Kultur bedienen. Diese Gedankenkonstruktion, die kulturelle Aneignung zur bösen Tat erklärt, ist menschenunwürdig. Gerade deshalb ist es uns als Fridays for Future Hannover wichtig, BIPEX, Schwarze, Indigene und People of Color, Raum innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung zu geben, der ihnen bis jetzt nicht genug eingeräumt, aber schon häufig genug eingefordert wurde. Der genügende Raum kann ein berechtigtes Anliegen sein, aber nicht eine fundamentalistische Deutung, wie das Tragen von Dreadlocks zu verstehen ist. Und dies muss konsequent passieren, weil das Auftreten einer weißen Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne für BIPEX den Eindruck erwecken kann, dass diese Bewegung für sie kein Safer Space darstellt. Und dieser Eindruck ist valide und gerechtfertigt. Dieser Eindruck ist nicht valide und nicht gerechtfertigt. Ich kann nicht akzeptieren, dass man zur Richtschnur seines Handelns macht, dass sich jemand von einer jungen Sängerin in Dreadlocks bedroht fühlen könnte. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Ronja Mahlzahn abzusagen. Wie gesagt, dieses Denken akzeptiere ich nicht genauso wenig, wie ich akzeptiere, dass ich als Linkshänder des Teufels bin. Und bitte, bitte, innerhalb der Bewegung Fridays for Future, ob schwarz oder weiß, mach den Mund auf, wer das auch nicht akzeptiert, damit nicht das Feld einer selbsternannten Priesterkaste überlassen bleibt, der das befriedigende Gefühl der Selbstermächtigung, im Besitz des wahren Glaubens zu sein, über allen wichtigen Zielen steht. Lasst euch Fridays for Future nicht von solchen Leuten kaputt machen.